Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, auch Frau Korte mit mir den Chris und ihr seht es, es wird mal wieder Zeit für ein neues Case Opening. Ja, die Gamma Cases sind mittlerweile im Preis ganz schnell runter gedroppt und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, gönnen wir uns 10 Stück und ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich auch mal wieder ein Video mache, weil ich war jetzt längere Zeit nicht aktiv auf diesem Kanal. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal ein Case Opening und zwar mit den neuen Gamma Cases, nein, was heißt neu, mittlerweile ja schon nicht mehr so neu, aber es sind halt die neuesten Kisten, die es in CSGO gibt. Und ja, es ist schon ziemlich spät, deswegen auch das Licht und so, das ist ein bisschen doof jetzt, aber sieht auch von der Webcam nicht so gut aus, aber scheiß drauf. Ja, man kann trotzdem noch ziemlich geile Sachen aus der Kiste bekommen, die ziemlich viel wert sind. Ich hoffe natürlich auf die Red Skins, wenn nicht sogar auf mein erstes Messer, das wäre natürlich richtig sick. Oder die Desolate Space, die ist auch immer noch ziemlich viel wert, soweit ich weiß. Also, ich würde sagen, wir beginnen einfach mit den 10 Gamma Cases und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich wette, es wird only blue, aber naja, ich hoffe einfach mal auf irgendwas geiles. Komm schon. Oh, da ist schon die erste Pink weg. Willst du mich verarschen? Das war schon die... Lol, da hätten wir fast schon die erste Pink bekommen. Und ich merke gerade, der Sound ist ein bisschen laut vom Spiel, aber scheiß drauf. Boah, ey, das wäre schon richtig sick gewesen. Hätten wir wenigstens die eine Pinke bekommen. Schade, schade, schade. Lol, alter, da war die Wasteland Rebel, aber wir kriegen eine Auge. Wenigstens ein, ähm, hier, wie heißt das? Purple Skin. Boah, ist der Sound übelst laut. Naja. Alter, die ist aber, die ist hundertprozentig Factory New. Die sieht mega gut aus noch. Ähm. Nicht erworben. Hier, alle. Minimale Brauchspuren, naja. Äh, wir machen das jetzt einfach so, damit wir die Waffen auch gleich angucken können. Gut. Dritte Case. Ich hab noch Hoffnung, dass das hier irgendwas wird. Und... Ja, wenn man das sagt, dann kriegt man natürlich ein Blue. Und dann auch so eine Kackwaffe. Obwohl, die geht eigentlich noch. Die geht noch. Da muss ich sagen, die geht noch. Gut. Und immer noch der Hoffnung, irgendwas Geiles zu bekommen. Wenigstens ist ein Pink Skin. Komm schon. Boah. Fuck, Leute. Ich sehe schon, wie mal Geld aus meiner Tasche gezogen wird. Ich spüre es schon. Ach, du Scheiße. Komm schon. Wenigstens irgendwas Gutes. Ein einziger Skin. Fünfte Case. Und wir kriegen... Die Bison. Die hässlichste Waffe, die jemals in diesem Spiel erstellt wurde. Was ist das bitte? Das ist ja schlimmer als dieses... Die Skins, die man gedroppt bekommt. Ach, du Scheiße, ey. Oh, ist hier schon gekommen. Das wird wieder nichts. Boah. Und schon wieder die Kackwaffe. Wenigstens die AWP. Die ist ja noch ein bisschen was wert. Oh nein, wir kriegen die Areale. Naja, vier Versuche haben wir ja noch. Vier Versuche sind noch drin, ey. Komm schon. Alter, das ist ja wohl richtige... Das ist ja wohl richtige Verarsche, ey. Nur Scheiße, Mann. Warum nicht wenigstens ein Pinkskin? Komm schon. Oder so ein Messer, das wäre ja auch mal ganz nice. Alter. Ne. Alter, ne. Ne, ne, ne. Mecktencarnivor. Wie man das ausspricht, keine Ahnung. Zwei Kisten haben wir noch. Oh, shit, Mann. Oh, da war schon wieder ein Pinkskin. Und wir kriegen wieder die Meck 10. Meck 10 vor allem. Oh, Mann. Alter, wenn in der letzten Case jetzt nicht wenigstens ein Pinkskin ist, ne. Alter, schon wieder ein Pinkskin. Da haben wir vorbei. Wenigstens die StatTrak P90. Die ist sogar auch noch was wert, soweit ich weiß. Wir kriegen eine Nova StatTrak Exo. Obwohl die eigentlich ganz sick aussieht. Ja, Leute. So wasted man 25 Euro. Ihr habt es gesehen, ganz easy. 25 Euro für den Arsch. Naja, ich werde es trotzdem hochladen. Und ja. Wenn ihr weiter Bock habt auf Case Openings oder andere CSGO-Sachen hier. Ich könnte ja auch mal wieder Matchmaking spielen mit euch oder was auch immer. Dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt bin ich erstmal weg. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.